Liebe Schüler, ab sofort könnt ihr euch im Augustinus-Gymnasium Weiden, in der Gerherdinger Grundschule und in der Franz-Groote Musikschule zur Bläserklasse anmelden. In einer Bläserklasse legen wir viel Wert auf ein Zusammenspiel. Wir spielen von Anfang an coole Musik. Lasst euch durch dieses Video inspirieren und meldet euch an, wenn ihr Lust habt. Musik Hallo! 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 Wir haben gehört, hier kann man Blasinstrumente lernen. Sind wir hier richtig? Ja, das stimmt, das seid richtig hier. Bitte setzt euch doch hin, dann kann ich euch ein bisschen was darüber erzählen. Oh, so viele tolle Instrumente hier! Ihr werdet sie alle kennenlernen und einige mehr dazu. In einem Instrumentenkarussell werden können euch die Profis zeigen, wie ihr mit dem Instrument umzugehen habt und dann findet ihr euer Instrument von selbst. Kann ich da schon mal was ausprobieren? Ja, mit der Frage habe ich schon gerechnet. Dann kommt doch mal langsam näher. Wow! Klappt das bei mir auch so gut? Probier's aus! So kann es bei uns auch bald klingen. Wahnsinn! Also ich bin dabei! Ich auch! Wann geht's los? Anmelden könnt ihr euch ab sofort am Augustinusgymnasium beiden, an der Gerhardinger Grundschule und bei uns eurer Franz Grote Musikschule. Ich bin dabei! Ich bin dabei! Und wenn ihr euch auch anschaut! Und wenn ihr euch vor währd, müsst ihr euch über ihre Klinge? Ja, ich bin dabei!